Sooo, servus zusammen zum nächsten Battle. Ihr ist der Celestor und ich spiele heute gegen Justi-Car... Justiana. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Justiana. Justiana, okay, okay. Justiana, gut. Ja, dann fangen wir gleich mal direkt an. So. Ich wünsche dir natürlich viel Glück. Mal schauen, wie es ausgeht. So, mal wieder ans Einkaufen. Das ist ein langwieriger Teil bei mir. Ich hoffe mal, du machst keine Taktik, wo man den Gegner aushungern lässt, weil... Da bin ich etwas anfällig, glaube ich. Ach so, noch ein wenig was und dann geht es auch gleich los beim Bauen. Ähm, wie hast du dich denn eigentlich vorbereitet? Oder hast du dich vorbereitet? Äh, ja, ähm, gestern sehr lange. Ah, das ist gut. Aber, ja. Aber ich habe mich, abgesehen von ein paar Minuten davor und halt den Battles, die ich davor gemacht habe, relativ wenig vorbereitet. Aber ich hoffe, das reicht. Aha. Oh, die Dinge gehen zu gut. Die Schaufel. Ja, ich verwende mal eine Standardkanone bei mir. Ich habe die ein wenig modifiziert seit den ersten Battles. Ja, bin ich mal gespannt, wie das damit läuft. Ich habe mir ein wenig was bei den anderen abgeguckt, weil ich wäre wahrscheinlich nie an die Schaltung gekommen, die relativ gut ist. Bzw. ich weiß ja nicht immer, wie das Redstone verläuft, deswegen musste ich mir da ein wenig helfen lassen. Ja. Ach ja. Jetzt habe ich schon einigermaßen raus hier. So. Mhm. Ja. Und wie weit bist du schon? Fast fertig. Oh, da muss ich auch noch ein wenig Action machen. Ich brauche noch ein wenig und dann habe ich es auch. Mhm. Oh je. Oh je. Mir fehlen Hebel. Das ist immer ungünstig, wenn man noch was nachkaufen muss. Das bringt mich gleich hinter. Oh, jetzt habe ich auch noch das falsche gekauft. Also wie gesagt, gegen mich hast du gute Chancen zur Zeit noch, weil ich ja... War nicht so effektiv bei meinen Battles bis jetzt. Ein paar habe ich gewonnen, aber bei weitem nicht alle, sage ich jetzt mal. So. Mhm. Aber so viel hast du nicht eingekauft, oder? Nö, geht eigentlich. Das finde ich schade. So. Jetzt geht's los. Ähm, du hast auch schon geschossen, oder? Ja. Au. Ja, ich schieße jetzt auch. Und das geht auch relativ gut gerade. Manchmal ist irgendwie komisch. Manchmal braucht man drei TNT als Ladung, manchmal vier. Aber naja. Ich versuche mal ein wenig rauszukriegen. Aber wenigstens habe ich es noch nicht geschafft, bei den Battles zu sterben. Ich habe schon mal eine Kanone kaputt gemacht, glaube ich. Aber gestorben bin ich noch nicht. Oh je. Oh je. Oh je. Kein TNT mehr. Was ist denn los bei dir? Du kaufst dir gar nichts. Kauf mal mehr. Ja, ich brauche nichts. Das ist blöd für mich. Vor allem, weil es hier mit meinen Repeater-Einstellungen gerade nicht passt und ich einfach mal nur Mist geschossen habe. So. Ja, ich sehe schon Stonebrick. Also es geht voran. Ja, bei mir fliegt die, das TNT immer irgendwie vollfalt. Ah, das liegt relativ hoch, oder? Wie viele Treibladungen verwendest du? Ein. Ah ja, und wie viel zum Abschießen sozusagen? Drei. Ah. Wie komisch, dass es dann so hoch fliegt. Bei mir fliegt es immer hoch, wenn ich zu viele Treibladungen habe. Und jetzt fliegst du niedrig. Bei mir fliegt er einfach überall hin. Oh, dann hast du so ein Ding zur Seite weg, um die Streuung zu verhindern quasi. Oh, dann schauen wir mal. Ah ja. Da ist meine Kanone, ist in die Luft geflogen. Oh, oh, das ist natürlich blöd, weil bei mir läuft es noch. Hm, da kann ich mir ja ein wenig Zeit lassen. Nein, was ist denn los? Ah, okay. Was denn passiert? Was hast du nur falsch gemacht? Ich hab einen Block falsch gesetzt. Ah, das ist mir beim Training heute auch schon passiert. Ich hab jetzt einen CT neben dem Schalter hingestellt und dann abgeschossen. Und dann war es nicht vorbei. Es ist immer blöd, wenn man seine Kanone kaputt macht, dann dauert es so lange, bis es wieder aufbaut. Und man braucht auch ganz viele Sachen nachkaufen. Das gefällt mir jetzt vor allem. Oh, oh, ich sehe schon Eisen. Ach ja. Schauen wir mal. Ne, jetzt schießen wir nur mit zwei. Äh, mit einer Ladung. Mal schauen, wie viel ich brauche. Ich will dich ein wenig aufholen lassen. Ja. Oh, das wird knapp. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse ich noch brauche. Und? Ah, der war nicht so gut. Oh, mein Kanone ist wieder in die Luft geflogen. Oh, was ist diesmal passiert? Keine Ahnung, irgendwie ist der letzte TNT einfach da geblieben. Ah, das ist blöd, ja. Oh, oh, oh. Jetzt schau ich mal. Was haben wir denn hier? Ne, ich schieß mal nur mit. Einer nur noch. Oh, das sieht gut aus. Hm. Also irgendwie fliegt es bei mir gerade nicht so gescheit. Also du hast noch ne Chance, sag ich jetzt mal. Auch wenn sie irgendwas will. Ich schieß mal mit vier. Ich hab zu wenig Schwung gerade. So. Oh, der ist gut, der ist gut. Ich glaub, ich glaub ich hab's. Ja. Ja. Oh. Ja, gewonnen. Auch mal eins wieder. So. Schau mal. Ja, ist natürlich blöd, wenn die Kanone kaputt geht. Ja. Da kann man wenig machen. Schau mal. Oh, du bist ziemlich von oben reingekommen. Oh, und auch seitlich. Hast du seitlich keine Begrenzung gehabt quasi. Ja. Weil das ist gut, damit sich das quasi ein wenig mittig runterfällt sozusagen. Und nicht so seitlich streut, sag ich jetzt mal. Kannst du dir angucken mal. Ja. Das hilft doch was. Ja. Wenn zum Beispiel da auf der Seite was weg ist, dann ist das ein wenig nicht so. Aber gut. Ja. War ein schönes Battle. Wir sind gerade ziemlich im Zeitstress, deswegen bedanke ich mich bei dir. Ja. War schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017